Ja, hallo, witam und c'endobre hier aus Stettin zum Facebook-Livestream. Derzeit befinde ich mich hier am See. Aufpassen, wohin man geht. Radfahrer. Und dazu noch sehr hübsche Radfahrerinnen. So, wir wollen uns eigentlich unterhalten über das Thema Auslandern. So, ich hatte eine Frage, hatte ich gekriegt gehabt von Johannes. Hat er mich gefragt, was hat dich dazu veranlasst, nach Polen auszulandern? Ja, was hat mich dazu veranlasst? Und, das ist eigentlich kurz gesagt, Deutschland hat mir überhaupt nicht mehr gut gefallen und hat mir auch nicht gut getan. So, das ging ja schon los bei der Politik. Wir sehen ja, was jetzt gerade abgeht in Deutschland. Ja, also in Deutschland, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, ich meine, wir kennen das ja damals, ist ja Tag der Deutschen Einheit heute. In Deutschland war Feiertag. Natürlich auf dem Wochenende verlegt, damit, ähm, die Leute am Wochenende eben halt feiern sollen. Ja, und in der, unter der Woche praktisch, ähm, auch kein Feiertag mehr zur Verfügung steht. So, nichtsdestotrotz, ähm, ja, was hat mich veranlasst, ähm, nach Polen auszuwandern? Ja, das waren mehrere Gründe. Erstmal hat die Stadt, also Stettin, wo ich jetzt lebe, seit mir 2018, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe hier alles, was ich, also in Deutschland, niemals hätte leisten können. Ja, und, ähm, die, überhaupt die Freundlichkeit der Person hier, das, das, ähm, was mich am meisten beeindruckt. So, ich lebe jetzt hier in Gwebokje. Ja, ähm, könnt ihr bei mir auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr es dann auch noch mal sehen. Ja, der YouTube-Kanal heißt Treffpunkt Oestertin. Ja, und da gibt es mehrere Videos über das Haus, was wir jetzt haben. Und das Leben. So, ich schwenke einfach mal hier rum. So, ihr seht, ein riesengroßer See. Es tut mir leid mit der Sonne. Ja, das heißt, die Bildqualität wird wahrscheinlich auch nicht die beste sein. Ja, Johannes, ähm, wie gesagt, ähm, Auswertung. Von anderen ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe schon Anfang der 90er, lebte ich schon in Spanien. Dann zu glücklichen Ehezeiten sind wir damals nach Österreich, nach Wien ausgewandert. So, hat aber auch nicht so gut getan. Ja, und jetzt lebe ich hier in Stettin. Genau gesagt, in Guburgi. Und ich habe bis jetzt nichts bereut. So, jetzt will ich euch mal so einen kleinen Rundumblick hier zeigen, wie schön das hier aussieht. Genießt die Bilder. Ihr seht es, viel Wald. Hätte ich das Gebiet. Und das ist nicht einmal Naturschutzgebiet. So, es ist sehr, sehr viel Grün. Leben auch so ein paar Tierchen hier. Füchse schon gesehen. Übrigens, ähm, meine besten Haustiere, das sind Eichhörnchen. Weil eine Tanne, die ragt richtig schön auf meinen Balkon. Auf einer der zwei Balkone, die wir haben. Und die Eichhörnchen sind regelmäßig zu Besuch bei uns. Natürlich haben wir auch regelmäßig ein paar Nüsse hingestellt. Haselnüsse, Erdnüsse. Hier haben wir uns auch auf dem Grundstück zwei große Walnussbäume und einige Haselnusssträucher. Auch dieses ist bei uns in den YouTube-Videos zu sehen. Hier noch einmal über den See. Wunderschöne Aussicht. Es ist wirklich ein Platz zum Erholen. So, jetzt seht ihr mich mal wieder. So, ähm, natürlich, ihr könnt hier auch schwimmen. Ihr könnt hier auch Fisch angeln. Natürlich nur mit einer Bescheinigung. Wenn ihr erwischt werdet von einem Kontrolleur, ihr habt keine Bescheinigung, wird es teuer. Ja, aber hier kommt keine Kontrolleure. So, übrigens, weil ich schon gerade jetzt mit Kontrolleure, heute um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal öffentliches Verkehrsmittel bei uns hier in Stettin. Das geht jetzt Straßenbahn und Busse, inklusive Ticketpreise. Ja, so. So, ich begebe mich jetzt in Richtung Weightpark. Kümmern auch Weightboarding. Ich bin selber noch nicht gefahren. Ich traue mich nicht. Ich habe schon gesagt zu Kollegen und Freunden, ich mache es erst, wenn es an Städte von Wasserwodka ist. Ja. So. Und aus dem Grund, ich genieße das Leben hier. Es ist herrlicher Sonnenschein. Es ist auch dementsprechend warm, wenn es nicht gerade windig wird. So, die Frage von Johannes habe ich soweit eigentlich beantwortet. Ja, ich liebe hier Polen. Es ist einfach alles schön. Essen, trinken, die Frauen und was man noch so alles hier sieht. So. Wir sind jetzt mal hier ganz kurz. Auch hier gehen noch welche schwimmen. Mehr oder weniger schwimmen. So. Dann gehen wir mal hoch. So. So. Die sichere Aussicht ist wunderschön. Gut, okay. Komischerweise, Fragen werden nicht gestellt. Dann fange ich mal mit dem Thema an. Und zwar, wenn ihr innerhalb von Deutschland reisen tut, zum Beispiel von Berlin nach irgendwo anders, ja, müsst ihr in Quarantäne, was haltet ihr davon? Ja, könnt ihr gerne kommentieren, weil das kann nicht sein, dass man bestraft wird als deutscher Staatsbürger, wenn man irgendwo hinfährt, ja, dass man irgendwie innerhalb des eigenen Landes in Quarantäne muss. hier in Polen Maskenpflicht gibt es nicht. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat zu dem Volk gesagt, bitte, habt Anstand, wenn ihr öffentliche Verkehrsmittel fahrt, benutzt bitte, bitte, eine Maske. und nicht, ihr müsst. Man bekommt auch kein Bußgeld, wenn man hier keine Maske trägt. Weder öffentliche Verkehrsmittel oder Einkaufszentren. Aus dem Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich Polen. Ich drehe mir eben kurz. Moment. eben nicht. Hat nicht geklappt, weil ich bin im Querformat oder Hochformat, ich war eigentlich im Querformat, damit ich besser die Kommentare lesen kann. Damit ich überhaupt was lesen kann, brauche ich erstmal meine Brille. Genau. So. Wie gesagt, Kommentare sehe ich gar nicht. Wie gesagt, von dem Johannes, ja, was liebe ich so an Stettin? Oder was liebe ich an Polen? Wie schon gesagt, Gastfreundlichkeit, das Leben allgemein. Wenn ich hier auf die Straße gehe, ich höre Polnisch. Ja, in Deutschland höre ich doch nur Multikulti. Die deutsche Sprache ist in Deutschland schon, gehört der Vergangenheit an. Hier gibt es keine Flüchtlinge. Es gibt ja auch keine Vergewaltigung. Es gibt ja auch keine Morde. Okay, Morde und Vergewaltigung gibt es sicherlich auch in Polen. Aber es ist nicht die Tagesordnung. Seitdem eben das große C in Deutschland herrschen tut. Habt ihr schon mal wieder gehört von Vergewaltigung, Mord und Totschlag? Nein? Wie hier drüben, aber auch nicht. Deswegen also, die Bundesregierung hat es eigentlich ganz gut geschafft, die Deutschen einzuschüchtern. Ja, ich sage mal einschüchtern. Weil, das ist eine Einschüchterung. Ihr wurdet eingeschüchtert, ja, um einfach mal die Klappe zu halten. Erst bekommt ihr, äh, erst werden die Grenzen geschlossen. Dann werdet ihr zu Hause eingesperrt. Ja, das reicht dir noch nicht. Dann hat man versucht, euch auf gut Deutsch das Maul zu stopfen. Maskenpflicht. Ja, was soll das? Maskenpflicht. Ja, jeder Arzt sagt euch, Maske ist sowas von ungesund. Ja, ähm, ich sage jetzt mal, nicht offiziell bestätigten, Quellen, ja, sind drei Schulkinder anhand der Maske in einem Schulbus gestorben. So, dann auch nicht bestätigte Fälle, äh, beziehungsweise nicht bestätigte Quelle, ja, heißt es plötzlich, äh, Corona, die Zahlen, die wurden einfach, ähm, systematisch nach oben getrieben. Ja, es heißt hier jetzt auch komischerweise vom RKI nicht mehr, x Personen sind an Corona gestorben, jetzt heißt es plötzlich nur noch mit Corona. Was heißt mit Corona? Jeder, der laut Husten tut, hat Corona. Jeder, der schnupfen hat, hat Corona. Ja, jeder, der sich überhaupt krank fühlt, Sommergrippe, gibt es, der hat Corona. So, fährt ein Autofahrer auf der Autobahn, ähm, Altersschwäche, baut einen Verkehrsunfall, was ist dann die Todesursache? Ja, hallo Sandra, hallo Hupi, hallo nach Berlin, ich hoffe, du hast die Maske auf. Ja, aber, auf was wird das abgestempelt? Auf Corona. Ja, es gibt doch nur noch diese Corona-Fälle in Deutschland. Ja, also deswegen, ähm, weder dem Robert-Koch-Institut noch, noch, der WHO würde ich überhaupt trauen. ja, das würde ich überhaupt nicht machen. Ja, so Sandra, ich denke, du musst arbeiten. Ach, nee, ist ja Wochenende. Ja, deine Haare, die gefallen mir. Super. Pink, Telekom pink. Ja, macht ja nichts. Thema Corona noch mal in Deutschland. Ihr fahrt von Berlin, was heißt von Berlin? Berlin Mitte gilt jetzt als Hotspot, ja, Hotspot der Corona-Infizierten. Berlin Mitte. So, das heißt, fahrt jetzt von Berlin Mitte nach, ich weiß nicht, Reinigendorf, Spandau, etc., pp., irgendwo anders hin. Ja, müsst ihr dann in Quarantäne, weil ihr aus Berlin Mitte kommt. Wer überprüft das, bitteschön? Wer kann das überprüfen, ob ihr jetzt wirklich aus Berlin Mitte kommt? Keiner kann es überprüfen. Ja, wie werden die Corona-Infizierten eigentlich, ähm, gezählt? Gezählt. Moment. Ach, ja, genau. Genau Sandra. Sandra macht Werbung für die Telekom mit ihren hübschen Haaren. Ja. Ja, äh, nichtsdestotrotz enden. Aber wie werden die sogenannten Corona-Infizierten, bitteschön, gezählt? Vom RKI, von der WHO. Heißt das plötzlich, mh, wir sagen einfach mal, es sind wieder 5700 in Berlin oder in ganz Deutschland und dann rechnen wir es einfach mal von Bundesland zu Bundesland hoch. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, deswegen, ähm, ich habe mal gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Heute schäme ich mich, dass ich diesen scheiß deutschen Ausweis habe. Und ich freue mich wirklich, wenn ich endlich die polnische Staatsangehörigkeit, ja, annehmen kann. Erst dann bin ich richtig frei. So, so viel dazu. So, lange genug getratscht. Ich möchte euch noch mal einen wunderschönen Ausblick hier in Stettin geben, beziehungsweise in Gurboke. So, herrliches Erholungsgebiet hier. Mit dem See. Es gibt so viel Wald- und Wiesenwege hier. So, und das Schöne ist, hier braucht keine Angst haben oder keine Angst haben. Hier wird niemand überfallen. Ich bin öfters auch mal abends, ziemlich spät, hier am See. auch wenn es dunkel ist. Ja, leicht bekleidete Frauen kommen mal so zwischendurch. Jetzt muss ich auch passen, wo ich nicht laufe, weil, guckt, ich sag mal, Stolpergefahr. Hier kann man sich auch mal langlegen. Dazu braucht man nicht einmal Alkohol trinken. So, jetzt geht es mal wieder so Richtung See und dann vielleicht mal zum Wade Park. So, ihr seht das da. Ja, Stolperfallen ohne Ende. So, ich muss einmal kurz aufpassen, wohin ich laufe. So, Freunde, und jetzt geht es Richtung Wade Park. Ja, auch Videos, auf YouTube. Ja, YouTube-Kanal, ich weiß, wir holen mich, Treffpunkt Stettin. So. Und was macht man jetzt hier? Wir müssen sich ein Bier trinken, eine Cola trinken oder sonst irgendwas. Schaut es euch an. Das sind die Kranken-Wade-Bowding. So, jetzt habt ihr mein hübsches Gesicht mal wieder. Ja, ähm, was soll ich sagen noch? Da gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt auch keine Fragen mehr. Aus dem Grund möchte ich mich hier vom See, von Dürnbruch hier, mal verabschieden. Falls ihr Fragen habt, kommentieren. Falls ihr keine Fragen habt, dann lasst es eben. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, schönes Wochenende. und wir sehen uns dann in nirgendwo.